Herzlich Willkommen! Ich habe Max Lustlberger von Thorenberg von Litau bei mir. Und wenn ich schon so ein alteingesessener Koch, darf ich das so sagen? Ja, das ist richtig. Sondern jemand, der richtig Erfahrung hat und weiss, wie es geht bei mir. Dann möchte ich dich doch mal fragen, was ist etwas, was du uns erzählen oder einen Tipp geben kannst, was man heutzutage vielleicht nicht mehr so viel macht oder was man wieder machen sollte oder ein Thema, das spannend wäre? Etwas, was sicher die Leute Mühe haben, die nicht so traurig dahingehend ist, die Lohnzubereitungsart oder die Kochmethode. Schmoren. Bei Schmoren kommt mir eigentlich nur gerade ein Brat ein. Oder was schmoren wir? Das ist richtig. Meistens schmoren wir zwei Klasse. Oder zum Beispiel eine Kalbsachse ist etwas hervorragend. So hat man eine Kalbsachse, wenn man zum Beispiel auch schmoren. Oder ein Ritzbrot, ein schöner Rundesbrot, eine runde Mocken. Das eignet sich vor allem. Schmoren. Zuerst scharf anbraten und dann offen. Oder habe ich jetzt das Gefühl? Ich bin nicht abdecken. Richtig. Schön anbraten. Würzen, anbraten. Wir wollen ein wenig Stäuben mälen. Ja. Rausen nehmen. Stäuben kann man den Kalfsachsen? Den Kalfsachsen, den Kalfsachsen, den Kalfsachsen, den Kalfsachsen braten. Ah, ja. Das sind Rüebel, Zwiebeln und Zellerie. Dann nachher rausnehmen. Schön anziehen. Vielleicht noch ein wenig Rohrbeerwatt dazu. Ablöschen mit Rotwein. Rotes Fleisch, roter Wein. Weisses Fleisch, weisser Wein. Da habe ich schon wieder etwas gelernt. Sehr gut. Dann schön auffüllen mit Dömmigasse oder Schüch-Apsform. Ich mache das Fleisch wieder in den Ofen hinein. In den Ofen hinein? In den Ofen hinein? In den Ofen hinein? In die Soße hinein. Aufkochen. Zudecken. Und in den Ofen hinein. Bei 200-220 Grad. In den Ofen hinein. Ja, in den Ofen. Und schön ein Rindsbrot, vielleicht 2-2,5 Stunden. Ah. Und absachsen etwa 1 Stunde bis 1 Stunde und 10 Minuten. Okay. Das sind die hohen Temperaturen und doch so lange. Das ist ein Niedergarn-Temper. Also wirklich Schmoren. Das ist Schmoren, ja. Okay. Und wie weiss ich, dass es fertig ist? Mache ich das nicht über einen Thermometer oder? Mehr gespürt? Meistens macht man das mit einer Kabel. Eine Fleischkabel oder so. Wenn das Fleisch wegkommt, findest du es gut. Sehr gut. Ich habe nach Hause, wenn ich kochen darf, mit Daddy hochladen. Und nicht so aufs Fleisch drüchten. Dann habe ich gesagt, das spürt man einfach. Ich habe es jetzt nicht gespürt, doch nicht. Aber ich... Das ist richtig. Das spürt man aber nur z.B. bei der Filme oder bei der Butter. Okay. Also wenn du mit dem Fleischkabel einstichst und es kommt schön wieder raus, dann ist es... Richtig. Das ist das Böbel. Okay. Gut. Vielen herzlichen Dank für den Tipp. Wir haben wieder etwas gelernt. Schmoren. Danke. Ich hoffe auch, wir zu Hause haben etwas gelernt und wünschen, in diesem Fall werden wir es probieren. Einen recht guten Dank, Max, dass du da gewesen bist. Vielen Dank. Okay. Okay. Untertitelung. BR 2018